Ah ja, hier steht Fotos von Kerkhoff. Das ist im Moment im Raum, in der Box. Das ist, wo ich meine nächste Ausstellung, höchstwahrscheinlich, eine nächste große Ausstellung haben werde. Es gibt auf der Diefsburger Straße ein sehr schönes Ausstellungsinstitut von einem inzwischen guten Freund von mir, dem hauptsächlich Raimund Ionen und seinen Kindern und Freunden um ihn rum. Wir haben verbindlich vereinbart, dass ich die nächste Ausstellung da machen soll. Im frühen Frühjahr soll die stattfinden. Im Moment sind da Fotos von Kerkhoff, heißt der. Der ist gestorben. Und die Kuratorin ist seine Frau. Das weiß noch keiner, wer sich genauer erkundigt. Ist auch nicht nötig, dass man das weiß. Ist eben Kuratorin. Die Einladungskarte müsste ich mal raussuchen. Vielleicht kann ich es euch nachher zeigen. Eine sehr schön gut gemachte, große Einladungskarte. Ist auch mit einem kleinen Eindruck vom Kulturamt. Also, dass die da es auch sponsern. Und der Fotograf heißt Kerkhoff. Von daher eben auf der rechten Seite Fotos von Kerkhoff. Also, da steht jetzt das, wovon ich da eben erzählt habe. Fotos von Kerkhoff. Denn die nächste Doppelseite ist ja frei, weil sie ja nur die Vorderseite verwendet wird. Hoppla, da habe ich nicht gemerkt, dass da noch welche übrig waren. Macht aber nichts.